Reifenkrieg – Service mit Profil Der Reifengroßhandel wurde im Jahr 2007 von Holger Krieg und Tobias Fink gegründet. Zu den Kunden von Reifenkrieg GmbH gehören nationale und internationale Wiederverkäufer aus der Reifenbranche. Aber auch Ketten und Kooperationen nutzen die Möglichkeit, auf eine Vielzahl von Qualitätsreifen zugreifen zu können. Ca. 35.000 m² Lagerfläche bieten Lagerkapazität für mindestens 610.000 Reifen. Viel Platz für die breite und tiefe Produktpalette. Als brillante Strategie erwies sich die zentrale Standortwahl direkt neben dem DPD-Zentrallager und den Autobahnanschlüssen A66 und A7. Bestellungen bis 18.00 Uhr können noch am selben Tag versendet werden. Dank dem klug gewählten Standort, der einwandfreien Infrastruktur und der perfekten Organisation von Einkauf und Logistik genießt das Unternehmen enorme Wettbewerbsvorteile. Auf dem Firmengelände lädt eine ruhige Teichanlage mit Wasserfall zur Erholung ein. Sie fördert die Motivation, spendet neue Energie und ist eine beliebte Quelle zur Ideenfindung. PKW, LLKW, Offroad, Motorrad und LKW-Reifen aller namhaften Reifenhersteller aus Europa, USA, Korea, Japan und einige Marken aus China sind im Portfolio des Unternehmens enthalten. Eine Millioneninvestition in die modernste Reifenbandsortieranlage Deutschlands garantiert dem Unternehmen unschlagbare Schnelligkeit. Mit einer Verladekapazität von bis zu 26.000 Reifen am Tag, intelligenter Sensorik, direkter Sortierung nach Logistikdienstleister und Region ist nur noch wenig Manpower erforderlich. Die hohe Verfügbarkeit im LKW-Reifenlager und die schnelle Auslieferung garantiert Leistungsstärke und hundertprozentige Kundenzufriedenheit. Das gewohnte Tempo zum Beladen und Entladen von großen Liefermengen kann auch im LKW-Reifenlager mit modernsten Maschinen und geschultem Personal gehalten werden. Im Jahr 2011 konnte das Unternehmen ein Umschlagsvolumen von über 2 Millionen Reifen, 200.000 Felgen und 90.000 Nutzfahrzeugreifen verzeichnen. Um allen Kundenwünschen gerecht zu werden, enthält die Angebotspalette auch Montage und Lieferung von Kompletträdern. 68 Mitarbeiter und drei Auszubildende, Groß- und Außenhandelskaufleute und Fachkräfte für Lagerlogistik setzen ihr Fachwissen und ihre Kompetenz für den Erfolg des Unternehmens ein und profitieren von den guten Karrierechancen. Hochmoderne Arbeitsplätze und das angenehme Betriebsklima sind bei der Reifenkrieg GmbH Schlüssel für zufriedene Mitarbeiter. Der Vertriebsschwerpunkt liegt zwar im Onlinehandel, wird aber mit kundenfreundlichem Telefonverkauf in mehreren Sprachen ergänzt. Auf Qualifizierung, Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter legt das inhabergeführte Unternehmen großen Wert und bietet seinen Mitarbeitern regelmäßige Fortbildungsmaßnahmen. Produktvielfalt, strategischer Standort, unflagbare Schnelligkeit, qualifizierte Mitarbeiter und die perfekte Organisation spiegelt die über 20-jährige Erfahrung der beiden Gründer Holger Krieg und Tobias Fink wieder. Reifenkrieg – Service mit Profil Reifenkrieg 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 Reifenkrieg